So, ich habe ja schon Beschwerden gekriegt, dass ich nicht mehr filme, also holen wir das halt mal nach. Das da ist die Aufwand, alles weißes Eis, wundervoll, bis da vorne zur Straße. Ja, Eis, 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 Rutsch, Putzplatz auch Eis. Hier kann man echt im Moment Scheiße laufen. Da steht das Wuschelchen. Hey, Schatz. Na? Na, Kamera heute mal wieder, ne? Ja, Pony hat Spaß. So. Es fängt an zu regnen. Ah, Paddock, auch Eis. Pony. Oh, hier habe ich gerade eben gegeben. So, der Rennstall. Da habe ich eben, ja, so vier bis nach sieben Kamer habe ich da locker rausgeholt. Hier habe ich gar nichts machen müssen, das war so schön. Das Baby läuft mir hinterher. Da, die Wasserbottiche. Ihren Tag mit zwei Gifkanen auffüllen. Das Pony. Das Pony. Hi, Schatz. Du hast Dreck im Schopf. Bah. Typ. Bart. Du hast Dreck im Schatz. Du hast Dreck im Schatz.